es ist ja schon zwei hier gegen gelb haben wir noch nicht gezockt das kann ich gar nicht warum machst du sowas du kennst uns im rohr ich kenne jetzt mit euch im rohr dann hast du ja einen orgasmus hast du richtig was fett im rohr und meinen vollen sack hast du dann im rohr den prallen sack was ist das war immer zu viel kriegst Oh, nice. Oh, oh! Ach, da hätte ich passen müssen, ja, sorry. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade genug auf dich geachtet. Ich weiß selbst nicht, wie ich gelaufen bin. Nee, du warst, du bist in mehr Richtung gelaufen, aber ich hätte noch zurück. Ah, alles cool. Ich hätte vielleicht auch aus Reaktion einfach B gedrückt. Ich mache mal Schmixer aus, ich weiß nicht, inwieweit das hier, das Internet von meinen Eltern auch beeinflusst. Schön, dass der Schiedsrichter bei mir auch ein gelbes Rekord hat, ja. Alter, bei mir auch. Ah, das ist eine schwarze Hose, ist doch eindeutig. Ja, es geht ums Prinzip, Stefan. Nein, weiß ich doch, das war auch ein Joke. Oh, nice. Dafür, dass wir so klein sind, war es doch noch so sehr gefährlich. Ich war da gerade nicht dran. Ja, ist ja, aber... Ja, hat der Ritzschlapparat gemacht. Ach, jetzt wird er dann annimmt. Ja, nee, ich war los. Ich schnapp ihn hier. Schön mitgekommen. Hey, jawohl, komm mal schon weiter los. Ach, wie noch nicht mal gelb, das ist doch... Oh, komm schon, ey. Und hinten in die Beine, ne? Ja. Ja, ich verstehe die Linie. Stefan, starte durch unten. Starte durch. Auf, los. Stefan, da bist du nicht loslaufen. Weißt du jetzt? Ey, so einen präzisen Bellen von Raph, was... Du warst schon sehr hektisch, aber was Raph da gemacht hat, ne? Ja, das war eine gute Idee. War sehr hektisch. Stefan, lauf es los! Und hinten die Lücke! So schnell konnte mein Gehirn gar nicht reagieren. Musst du den natürlich hinter dem Typen annehmen und bloß nicht vor dem Typen annehmen. Ja, der war aber auch, äh, richtig mies gespielt. Also jetzt nicht, Kado wollte sie nicht in den Typen einspielen direkt, aber, äh, einfach, niemand wird den, ja, der wurde auch mies gespielt. Schlechte Spieler spielen in den Ausdauer, aber direkt in den Mann rein, Wahnsinn. Kommt ja an. Auch immer so diese, diese Drehung halt, ne? Nur für den Typen halt den Ball annehmen halt, nicht hast du das, ey. Ja, das ist aber gut. nicht abgebockt gewesen wäre die planke werde ich die gewesen ich bin doch vor hätte gefährlich werden können wie jetzt hast du ich wollte gerade sagen ja das ist so weit weg ich flanke rein ja ihr seht ja ungefähr wo stehen die flanke ist gut verwechselt das manchmal mit mit ecken ecken kommen ja immer perfekt mehr oder weniger da wo man hin ähmt aber bei freistößen muss man dann schon was ist das schlecht ausgespielt das gar nichts ist noch was immer irgendwie ein zeichen von mir weil es ja Oh, Glück gehabt, ich hätte den eigentlich tief spielen müssen, Glück gehabt, nice. Also den hinteren wollte ich schon, aber... Oh, Lichtfuß war das wieder. Schön, das war ein schöner Angriff, aber... Oh, gleich so ein Ding hier. Schön. Oh, ich bin schon durch jetzt. Ich bin nach vorne, ich bin nach hinten. Oh Gott! Was? Ah, nein, das war ein Schuss. Ja, bitte, was willst du mir sagen? Ah, war's gut. War's gar nicht so. Ich weiß, dass das Spielball das ist, aber der kam halt so kurz. So mies eigentlich. Leider kam super kurz. Das war ein Miesball. Richtiger Miesball. Miesmuschel. Rauchball. Ah, wir haben den Polak im Team. Nice, wir können uns glücklich schätzen. Ich weiß nicht. Sagt man hier für die Pullen. Polak. Polak. Ja. 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 Wie die Luchslacke. Ja. 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 Wom lacht. Ja. Mhm. Ja. bis der hinterher läuft, ja, aber ein bisschen ungeoll Ungeoll Stefan kippt den Wie Lukas! Jetzt schon Y Ach, schade Wollte ich, ja, jetzt schon Hat mich schon dann blockiert Oben, genau Schießwurst Puh, gut, ich steh nicht rein wieder Nein! Ach, verdammt Schön Ah, das war gerade mal D wegbeuteln, bevor ich den Fehler mache Uuuuh Ich bin gerade erst gesagt gar nicht so heftig fliegen sehen Aber jetzt Hand Schön Ah, gut Ja, gut Ich hab doch Direkt gedrückt, aber So Ich zieh mal raus, indem ich nahe komme Und Okay schön sehr schön hat er noch vor der drehung glaube ich gedrückt oder also vor der bewegung auch genau nach so einem pass aus ich habe nicht lang genug weh gedrückt glaube ich das war auch nicht so weit draußen das ist ein bisschen sehr schön schön abgesetzt genau im richtigen Zeitpunkt schön Stefan schön komm ich will noch eine Karte haben warum habe ich eigentlich nur eine 680, ich habe zwei torvolle angegeben muss allein machen ich habe eine 690 genau der ist glaube ich nochmal über die Linie gerollt beim zweiten Schuss mit dem 3 ist er dann rausgeflogen das gibt es eigentlich nicht so ein Fick ich habe jetzt nicht irgendwie was zu sein bestimmt ist es 0.1 oder 0.0 wäre das ein richtiger Fick den wollte sie wieder schade auch eine gute Idee ich denke ein bisschen nach hinten ab ich wusste das ich wusste das ich wusste das ich wusste das es ist ich bin ich bin ich bin Das ist ja ein Ingwer-Lachs. So ein richtig leckeres Ingwer-Lachs-Püree. Warte, aber was für eines. Wie faul von mir. Was hab ich denn gemacht? Willst du den Foul von mir sehen, Schiel? Ist auch gut. Ich hab's jetzt ab. Jawoll, klappen wir halt. Jim, das war ein gutes Spiel. Das war gut. Stopp. Was hat mich gefallen, du? Ich hab nix ist gemacht. Ich auch. Esää. Was ist das? Vielen Dank.